Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zurück zu Mario Party 1, oh yeah. Und ja, da war ja ein bisschen Probleme im letzten Part, der wohl ungewöhnlichste Part bisher. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit Wüstensplänen, oh yeah. Hm, jetzt müsst ihr erstmal wieder mit Grafikfehlern leben, das tut mir hasse leid, aber... Oh, ich steh auf der Grafikfehlerseite, das find ich gar nicht so cool. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, auch für mich, nicht nur für euch Freunde, glaubt's mir. Aber es scheint, wir scheinen trotz Grafikfehler zu gewinnen. Ja, los, zack und ja und los und zack und na, komm schon. Hallöchen, Frau Watsu, weiter. Oh yeah, wir haben doch gewonnen, aber... Naja, eher mit Grafikfehlern ist das schon, ja doch, da kann man schon mal einen Daumen hoch geben, oder Freunde? Ja, oh yeah, ich hab mir den zweiten Platz zurückgeholt. Und Freunde, hach, das hatte ich gleich vergessen. Wir sind also erst Turn 7, ihr seht, ihr habt nicht viel verpasst. Aber ich kann euch gleich mal zeigen, wann ich dran bin. Wie es mal ganz so steht, ihr seht schon, hier ist Bowser und wir laufen gerade, ich laufe gerade ebenfalls leider in diese Richtung. Denn ein... Oh, ja, okay, das ist jetzt natürlich sehr günstig für mich. Der Luigi, der hat gerade getauscht, oh yeah, und der Bowser geht nach links und Tod kommt nach rechts. Da, 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 da. Haha. Ah, Felsi, gut so, du bist wieder bei mir, das ist gut, juhu. Haha. Und Luigi wird in der nächsten Runde voll, kann in den Tod reinrennen. Mach keine zwei, mach keine zwei. Aber er macht ein Einspieler-Minispiel, werdet ihr gar nicht so toll finden. Ah, die PCs klauen damit immer die Zeit des Pawns. Ah, kein Schwein will sehen, wie, oder wollt ihr sehen, wie die NPCs, also die, die, die PCs, Einspieler-Spiele spielen? Ich meine, es ist ja lustig, wenn sie sich auf die Fresse hauen oder so, aber... Hm, wenn sie gewinnen, ist das für mich schlecht und, und für die Zeit schlecht und ach, alles doof. Hm, ich muss mir auch nochmal eine Idee überdenken, wie ich das alles ein bisschen vorspulen kann in dem Fall. Haha. Okay, Yoshi, gib dein Bestes. Da ist die Mario-Münze. Er hätte die Chance, 20 Münzen zu gewinnen. Wenn er es schafft. Ich frage mich, ob er es überhaupt schafft. Okay, er hat schon mal ein Second-Package und das zweite Second-Package und... Fail. Miss! Wiu, 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 wiu. Zerjoshi, hm. Das war nicht sehr erfolgreich, würde ich sagen. Oh, aber er kriegt keinen Abzug. Das ist natürlich erstmal für ein Vorteil. Oh yeah, Freunde, ich stehe auf der richtigen Seite. Ich könnte einen zweiten Stern kriegen. Da 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 dam 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 dam. Ihr seht... Oh, nee, 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 nee. Och, nö. Och, komm, das ist doch voll assi. Okay, Freunde. Ich wünschte, ich könnte mit dem Wario tauschen. Womit ich gar nicht tauschen würde, ist Luigi. Das wäre jetzt nämlich richtig, richtig ewig Fail-Pech und so. Also erstmal habe ich so einiges rausgefunden. Hier diese Blöcke, die kann man bezahlen und man kann die Preise manuell erhöhen. Der nächste muss um eine Münze mehr mindestens zahlen. Und ja, es wurde x-mal getauscht mittlerweile. Und der letzte Part wurde ja im Allgemeinen ziemlich lucky, aber... Wenn ich jetzt mit dem Falschen tausche, wird das für mich extrem unlucky. Ich will den Dicken, ich will den Dicken, ich will den Dicken, ich will den Dicken. Nein! Oh Mann, wie kann man so viel Pech haben? Oh, nö. Oder? Oder doch nicht? Ey, nee, Freunde. Wird dieses Feld etwa aktiviert dabei? Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Was ist das denn? Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich die PCs alle komplett ausgenockt. Wario wird in Bowser rennen. Luigi steht nicht mehr mehr vor Tod. Und, oh mein Gott, und ich stehe ein Feld davor. Und Luigi muss gegen uns Tau ziehen. Und das heißt, ich muss schon mal meinen Joystick vergewaltigen. Naja, okay, das... Ist er ja nur schon gewohnt mittlerweile. Sollte kein Problem sein. Großes Tau ziehen, Freunde. Der Big Boss Luigi wird erstmal von uns jetzt hier voll in die Piranha-Pflanze geschreddert. Und da erstmal mächtig zerhexelt. Ja, los, 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 los. Ruff auf ihn. Ja, 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 los. Ruff, ruff, ruff. Oh, er hat keine Chance, er hat keine Chance, er hat keine Chance, keine Chance. Und Rinder, Mann. Ach, mein Joystick fand das gerade schon wieder nicht so witzig. Naja. Muss er haben können. Bin ich. Oh, geil. Der ist Kohle für uns. Und Luigi hat schon wieder voll den Pechvogel gerade gespielt. Weil, naja, irgendwie alles und, naja, er hat gerade eben ein Feld vor Bowser mit mir getauscht. Okay, das ist zwar gut, dass er jetzt nicht in den Bowser rennt. Naja, dann kannst du mir die Kohle zahlen. Das ist ja auch ganz gut für dich. Aber Luigi ist gerade sowieso schon wieder so ein Mobbing-Opfer. Er hat als Eis ja keinen Stern. Und Mario rennt jetzt erstmal. Mach eine, zwei. Puh, Schwein gehabt, Freunde. Dann wäre ich jetzt direkt vor Bowser gewesen. Das wäre scheiße. Du möchtest Ihnen, Yoshi, in der Mitte helfen? Dann nimm das hier. Ähm. Was ist das denn? Der Bowser ist ein mystischer Gegenstand. Boah! Alter, Freunde! 30 Mücken! Das ist ja richtig teuer. Ich will nicht zur Bowser, Freunde. Ja, macht es mich arm wie eine Küstenmacht. Keine vier, keine vier. Oh, danke, Luigi. Puh, Schwitz. Und du, ich hoffe, du gehst auf kein grünes, doofes Fell. Das wäre scheiße. Oh, ja, Freunde. Yes! Ich krieg nen Stern. Der zweite für mich. Doch das ist klar. Oh, yeah. Cool. Cool. Geile Sache, Freunde. Und zack. Der zweite Lucky Star. Halt, das ist ein Anime. Das passt nicht. Egal. Da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Wup-du-wup-du-wup. Ach ja, ich... Wenn ich jetzt nur bei Moonlight habe... Und ich tausche gerade eben mal, Freunde. Das heißt, Yoshi rennt jetzt Richtung Bowser. No, 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 Toad. Toad wurde weggesnackt und Bowser wechselt schon wieder mal. Change the positions und so. Er hat jetzt die Pole Position und dafür ist Toad schon wieder auf der anderen Seite. Oh, no. Ach, ich verstehe. Eins ist grün und eins ist gelb. Naja, okay. Ich kann mich im nächsten Zug dann entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Und wir sind alle vier blau. Wir sind alle besoffen. Vergabender Schatz käme jetzt cool. Oh, Plattformkaos. Cool. Geil. Auf jeden Fall. Da mach ich mit. Denn der Mario ist doch wieder voll fit. Ja, Mario. Ich laufe schon mal in Richtung des Ziels, Freunde. Wir sehen uns in der Ziellinie. Nein. Das funktioniert irgendwie nicht. Freunde. Ich habe hier eine Laufbahnübung gemacht. Denn jetzt geht erstmal hier voll der Sprint ab. Oh, da ist ein Sackage Package. Oh nein. Wie fies. Ist egal. Da ist noch eine einzelne Münze. Die kriege ich doch auch. Aber ich gewinne noch zehn mehr. Und ihr nicht. Hahaha. Mario wins. Oh yeah. Ich glaube, das ist mal noch falsch. Aber egal. Spielt keine Rolle. Ach, Freunde. Ich freue mich schon auf die neuen Mario Party Spiele. Aber ich glaube, ich werde die nicht alle in einer Reihenfolge zocken. Sonst ist es immer ein Mario Spiel in einer Reihenfolge. Dann immer ein Zelda Spiel in einer Reihenfolge. Und immer ein Banjo Spiel in einer Reihenfolge. Das geht erst zu Ende, wenn Banjo keine Spiele mehr gibt. Naja. Das würde mit Banjo Tui, glaube ich, irgendwann aufhören. Naja. Werde ich es sehen. Da-dam. Da-da-da-dam. Oh ne. Och ne. Freunde. Nein. Ganz schlecht. Knöpfchen rücken, Knöpfchen rücken, Knöpfchen rücken, Knöpfchen rücken. Keine Münzen. Keine Münzen. Nein, 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 nein. Och, naja. Sechs Stück immerhin geht noch. Ist doch zu verkraften. Ich habe ja meinen zwei Sterne. So, Luigi. Der rennt jetzt Richtung... Oh, der hat einen versteckten Block. Koopa, du Lucky, Alter. Naja, okay, Luigi ist ja auch letzter. Der darf mal Lucky sein, oder? Ich gönne es ihm. Hey, Mann, du nimmst halt diesen... Ach, Mann, zwar ist der Münzenpunkt. Ich würde gerne ein wenig ausspannen, aber es geht ja gleich weiter und so. Und ich muss mir noch ein Pamela Anderson-Video angucken. Naja. Oh, nein. Mh, Yoshi. Du Pestbeule. Oh. Irgendwie wechselt sich mein Pech immer in Glück um, Freunde, weil ich immer auf dem Fragzeichenfeld stehe oder jemand anders und dann dreht sich die ganze Schose immer und ich habe trotzdem wieder Glück. Das ist ganz seltsam gerade irgendwie. Ich finde es cool. Aber ich muss den Warp-Block ausmachen, der geht mir auf den Keks. Oder? Ach, nein, komm, so ein überraschendes Effekt, Freunde. Das muss doch sein. Boah, jetzt laufe ich wieder Richtung Stern. Was ist das für ein scheiß Glück, Alter? Okay, wir laufen. Oh, yeah, das geht ab. Oh, yeah. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Und... Nein! Eine aussetzen. Nein, das ist kacke. Ach, nö. Jetzt würde ich wieder am liebsten den Part neu aufnehmen. Oh, nö. Skateboard-Fieber auch noch. Ach, nö. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Freunde, da muss ich jetzt damit klarkommen. Ich werde jetzt keinen neuen Part aufnehmen. Oh, nein. Der Boden bricht weg und... Ja, wir müssen rollen alle, ne? So, okay. Müsste ich hinkriegen. Ready, go! Speed Game. Mann, mein Skateboard sieht voll cool aus, oder? Also rot-blau ist schon eine coole Kombo. Und da ist noch eine Welle. Überall Steine, die sind so fies. Oh, ich muss aufholen, ich muss aufholen, ich muss aufholen. Tweb. Haha. Und Zap. Hep. Und weiter. Hep. Und Hepa. Mann, oh. Ich glaube, gleich müsste Finale sein. Ne, noch nicht. Aber jetzt muss Finale sein. Ja, los. Und go. Go, 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 go. Ja, Button Smashing. Ja, los. Wario, du siehst. Oh, ich bin weit vorne, oder? Oder? Ja, doch. Oh, ja, ich hab gewonnen. Oh, yeah. Und schon wieder gewonnen. Oh, yes. Und die anderen haben sich alle voll auf Narschel. Aber Luigi und Wario, ja, genau. Die haben noch den Sack eng gesammelt. Und deswegen noch fünf Münzen obendrauf. Ja, sie hat gar nichts bekommen. Haha. So. Wario wird jetzt vermutlich die Schiene hier oben. Nehmen. Höh? Nicht? Aber. Hä? Aber Bowser ist doch rechts. Und Tod ist links. Warum bringst du noch rechts? Und du rennst extra normal in Bowser. Gefällt dir der Typ wie so gut? Was macht der da? Der hat keine Ahnung, irgendwie. Ist ja nicht mein Ding. Ist ja sein Problem, wenn er sich verhaut. Dübel, 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 dübel. Und der kommt nicht vorwärts. Ich darf aussetzen. Nein. Du, du, du. Aber ich bin blau. Das ist cool. Ich hab gesoffen. Alkohol. Langroh. Oh yeah. Und Bowser's Fritzengrimassen und so. Das heißt, wir müssen ihm wieder mal die geilste Fresse ziehen der Welt. Hm. Müsste ich hinkriegen. Aber es wird später noch deutlich schwerere Minispiele geben, wo ich öfters mal verkacken werde. Und irgendwann wird ja auch mal My Party 3 folgen und My Party 3 wird blind für mich. Und da werde ich Minispiele nicht kennen. Das heißt, ich hab keine Übung mit denen. Und naja, da werde ich mich dann schon öfters mal auf die Fresse packen. So. Die Augen brauen lang. Und die Nase in die Höhe. Ist ja voll der Hochnäsige. So. Oh, ich weiß gar nicht gerade wie hoch. Es ist also nicht so viel Auge zu sehen. Hm. Tja, ein Stück höher vielleicht noch? Weil die Nasen sind gerade Dreiecke. Naja. Auf jeden Fall, also wenn ich die anderen Gesichter sehe, dann hab ich gewonnen. 99 Points, man! Yes! Und da haben wir wieder Super Bowser 64, Freunde. Das neueste Spiel für uns ist Nintendo 64, Freunde. Und ich hab zwei Münzen eingecheckert. Tschung, 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 tschung. Oh, yes. Aber ich wundere immer dieser schwarze Fleck auf den grünen da unten. Das sieht nämlich immer total hässlich aus. Hm. Hat aber jemand geschlampt beim Spiten. Und der... Nein! Nein! Oh, Fetty! Wie kannst du es wagen? Ich will schon, warum das so schnell fortgerannt ist. Ach, nö. Freunde, wisst ihr, was der macht? Der geht jetzt aufs Fragezeichenfeld. Und ich werde nächste Runde zum Bowser laufen. Nein! Ich will nicht wechselt nochmal, Freunde. Komm schon. Nein. Nicht los. Es stirbt, Fetty. Krepier. Lauf kein Feld weiter. Nein! Oh, der Eisi Münzen. Das hast du verdient, du fette Sau, Mann. Mann, deine Eltern arbeiten bei McDonalds. Oh, nö. Totbleib hier werde ich. Nein, Mann, oh. Oh, nö. Oh, das ist doch voll Assi. Bämst. Und Todi kommt wieder auf die grüne Seite. Geil. Oh, Mann, oh. Nee, ich will nicht. Hä? Aber in... Ja, Tod ist auf der grünen Ecke, genau. Oh, Luigi holt sich jetzt einen Stern. Ich glaube, der Stinker hat das gerochen. Hm. Na klar, hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Sich einen Stern gekauft. Naja, okay. Damit hat sich Luigi ebenfalls einen Stern gekauft. Und hat Wario überholt. Und die imaginäre Pumpgun begleitet ihn. Juhu. Juhu. Ah, ich finde diese Pose so cool von Luigi. Irgendwie fehlt ihm was am rechten Knie. Ihr könnt ja zurückspulen, dann seht ihr es genau. Ich habe es gerade ein bisschen spät gemerkt. Und nee, jetzt kann er auch noch Münzen klauen. Und Freunde, ihr wisst, da wer dran ist. Der fette Klempner mit der roten Mütze, der gleich bei Bowser reinrennt. Oh nein, ich will nicht, Mann. Immer wird man ja mobben, wenn man erster ist. Ist das jetzt so schlimm? Ah, ich muss A drücken, ich muss A drücken, ich muss A drücken. Jetzt gucke ich mal. Ich habe ja jetzt noch sechs Münzen. Ist doch voll easy peasy. Dreh mal, Luigi, dreh mal. Oh nee, nicht Schunk. Nein, nein. Oh Mann, Freunde, wie viel Pech kann man ja nicht in einer Runde haben. Aussetzen, Chance-Time, wechseln. Fehlt bloß noch, keine Ahnung, Schule, Ferien fallen aus oder so. Und nein, das da oben muss ich ändern. Mario zahlt, Wario nicht 10 Münzen. Der fette hat mich gerade voll reingeritten. Yoshi? Und, und, ich will nicht, ich will nicht. Nein! Ich rieche jetzt, komm, icke, oder? Oh, der fette. Ach, die können machen, was wir wollen. Das ist mir egal. Oh, Sternentaus. Oh ja, das bringt richtig viel, Luigi, weil die beide genau einen Stern haben. Das ist natürlich richtig geil. Damals ist Chance-Time, naja, für die Katz irgendwie, ne? Oder eher für den Fetten und für den Dino. Yay, Sweat und... Hm, tja. Hä, warum, warum ärgern die sich? Die haben das verloren, die sollen froh sein, die Schweine. Ihr habt ja keine Ahnung, wer zu schätzen, was ihr schon habt. Oh, Yoshi, du musst drehen. Bitte, Freund, Kollege, ach, nö. Oh, Freunde, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich kann doch jetzt nicht echt bei Bowser reinrennen. Ich will nicht bei... Oh ja, das ist gut, das ist gut, Freunde. Finde ich gut. Oh, wie viel... Oh, sieben Felder nur noch. Oh, nein, nein. Oh, eine sieben wäre cool. Okay. Das sind noch fünf Felder, Freunde. Ich habe noch ein bisschen Gnadenfrist. Der fette wird blau. Okay, er hat gesoffen. Er ist nicht rot. Naja, den baggert auch keine Ahnung, wie soll er da rot werden. Oh, Bowser-Kneffe. Okay. Okay, Freunde, das mache ich erst im nächsten Part. Aber ich glaube, den nehme ich gleich auf. Ich möchte es nochmal anmerken hier, ganz kurz vor Start des Minispiels. Ihr könnt immer noch eure Stimme auf Facebook für Yoshis Tropeninsel natürlich ändern, weil, naja, die anderen Maps, die stehen noch offen, aber diese Map natürlich nicht mehr. Also, ändert ruhig eure Stimmen. Keinem müsst da echt nicht scheu sein oder so, oder einfach mal eure Stimme zu ändern. Ich überlege schon mal, ob ich das aufmache, weil ich ja zu den fünf Yoshis Island-Stimmen selber dazuzähle. Also, Freunde, bis zum nächsten Part. Ciao und haut rein!